ja vielleicht weiß ich nicht heute ist ich krieg es heute nicht auf die reihe aber ich meine immer mal abwechslung weil bis jetzt ist es wirklich nur das match ja dann noch eigentlich schon da stehst du direkt daneben und das erste was du machst du hast aber wirklich gar kein glück heute ne ich krieg es gerade einmal einer mann da stand da wieder das ist nicht wahr du drehst dich immer noch rum und dann schießt du mich weg alter jetzt war die munition alle wer steht zuerst du hast gerade gesehen lehnt er sich da hinter der couch schießen auf dich ich hatte er zieht da rechts in die wand weißt du ich habe gekreut deswegen verliere ich auch hier das war weil die leute nicht sterben weil hat er mich die treppe hoch da machte mich raus der war nicht ohne weg in the game da kann ich vorne dir kommt die treffe runtergerollt ist aber auch echt krass eng hier drin tag der nächste weise des fonds bist recht tot das ist bei dir hier eng ist ja da kannst du was dafür erst mal ein triple kill gemacht hier läuft mensch baby du warst so lange nicht mehr mache ich erst mal drache hier zum aufgaben der war bitter ja gut das ist okay das ist als ich schon irgendwo die sports district da kann ich uns ja natürlich hinter mir das ist nicht dass du mich im schlafzimmer wartest aber ich sehe dich da in der wand die folge sehen eine ganz rechte seite so deswegen gewinnt ja auch immer man ist endlich ja aber das war gut ja ich bin aber jedes mal im wohnzimmer in der küche die blöde gar nicht ja zwei weiber in der küche als ja vor allem so kämpft ihr seid die ganze zeit nur am kämpfen ja ja zurecht zurecht und jetzt selber stehe da eine ecke und schickt sich ein ab das ist nicht wahr die stirbt nicht die stirbt nicht die ist unsterbbar die hatten sie modul drin wir hatten sie modul drin im schnitz stecken ich habe heute geholt das ist die während ich auf die schieße läuft ja grün vor allem das brauchst du wir könnten wochen stehe ich selber in deutsch dieser fotzen ecke ist heute da fangen wir uns jetzt schon da gerade gespawnt ist tor vom august mich erwischt ich stelle mir das hier gerade mit acht leuten vor das ist war klar kämpferschwein ich habe dich aber erschossen ja kann doch in die ecke weißt du was machten die jetzt ich lebe doch aber auf ende gut hast du maschinengewehr ja die automatik pistole so schnell kann ich mich umdrehen ich wusste dass du wieder hinter mir gespawnt was mag ich jetzt hochgewinnen das ist klar mann ich habe einen back ich bin irgendwo anders im haus hoffentlich doch das ist eigentlich so die beste ecke jetzt gerade miss endlich habe ich dich aber ich dann im schul wohnzimmer küchen bin ich habe schon gedacht ich treffte hier kommen naja ja ja da wird jetzt noch zwei es ist schon wieder im schlafzimmer hat es auch nicht geworfen war die sommer letzten zweiter mein keine position mehr okay jetzt muss ich raus weil ich keine munition mehr hatte da hinten ja das ist ein abteil davon wird dir die munition dann abgenommen wenn der cams da hinten oder was wenn du länger stehst an den weg und aber da kann ich mich wieder abschießen müssen die blinde die lindersen blinde aber das war eigentlich so die beste ecke da unten drin die beste ecke ist ja am arm oder auch unten drin haben jetzt mal abwechslung kommt jetzt wieder das selbe spiel weiß ich nicht ja das wieder was mit autos ja last in standing ja